Gut, okay. Mal schauen, was ich jetzt hier finde. Ein Kopierstab. Okay. Ich glaube, den kenne ich aus Wind Waker damals noch. Ich dachte, ich soll den für den verwenden. Ja, was soll ich sonst jetzt machen, ganz ehrlich gesagt? Ach ja, jetzt geht's auf einmal. Ist klar, ist klar. Na, komm, mein Großer. Wir machen jetzt eine schöne Reise zurück. Ich fand die damals schon bei Wind Waker irgendwie voll lustig, wenn man die bewegen konnte. Yay! Yay! ha cool du kannst die getore zerstören finde ich klasse immer am besten hier eine vase würde ich erst sagen drauf und das ist jetzt ein bisschen blöd komm noch ein stück das wird jetzt eine spaßsache um zu kommen so irgendwann wenn wir einen spaß mit der statu bringen können wir eigentlich auch die goldene teile zumal oh so machen wir mal das sichere für okay so so da haben wir wirklich nächste schwierigkeit schon wie kriegt man die statue da hoch so 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 wäre es mal schauen mit dem was mit dem schalter hier ist aktiviert auch unten das zeug ich weil ich meine als link komme ich ja locker oben hin aber mh au verdammt ach gott nein so so weg hier erst mal ich nehme hier was zum schlafen bevor ich hier noch mehr leben verliere dann kann ich ja nicht mitnehmen aber irgendwie muss es doch was geben das dafür sorgt das wieso versuche ich so dass es hoch geht auch gott ich habe jetzt echt keinen plan muss ich vielleicht das ding in der mitte zerstören probieren wir es einfach mal ach so ich habe den kopierstaub ja nimmer gut ach gott das war keine dumme keine schlaue idee dann haben wir jetzt den schalter gefunden endlich also wieso geht das jetzt nicht gut sie fliegt noch mal warum ja 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 Also manchmal zwingt mir da Spielsachen auf, die ich überhaupt nicht mag. Was hätten jetzt dagegen gesprochen, wenn ich einfach nur die Statue von Darkus drauf gelenkt hätte? Klar, ich hätte wen aufpassen müssen, aber es wäre auch locker gegangen. Beine fressen. Manchmal stellt sich das Spiel narrisch an. Oder ich. Ach Gott. Gut, die Statue ist hier. Oh, da ist auch ein Geist. Komm her, Baby. Also gegen euch habe ich jetzt ein schönes, adäquates Mittel gefunden. Ich bin safe und ihr seid tot. So. So. A paar Pfeile tun mit den Viechern auch gut. Oh Gott, ey. So. Jetzt nerven die mich nimmer. Jetzt nerven die mich nimmer. Ist das so schön. Oder wir machen das anders. So. Okay, da muss ich noch drauf und dann geht das. Ganz toll. So, dann muss ich das hier nehmen. Nee. Nee, nee, nee. Und hopp. Das hopp. So, dann geh ich noch hier hoch und dann müsste eigentlich relativ genügend Gewicht auch weg sein, oder? Nein. Ich brauch mehr Sachen. Hm. So. Ja, dich könnte ich auch noch gebrauchen. Ach, Mann. So, komm. Ach, komm. Du musst doch noch oben landen. Ich treffe die Lücke hier nicht. Ich treffe die Lücke sehr unzureichend. So, aber jetzt. Gut, dann gehe ich jetzt hoch. Jetzt müsste es genauso schwer sein wie dieses Teil. Oder auch nicht. Ja, ach nee, das sind ja noch eine ganze Menge mehr. Okay. Mal schauen, wie viel wir noch brauchen von denen. Oh, zum Glück, zum Glück. So, komm, Großer. Wir müssen weiter. Oh, ich will echt gar nicht wissen, wie der Endbus dann hier aussieht. Ich fand ja den vom letzten Tempel schon blöd. Okay, er war okay. Ich finde etwas einfallslos, aber okay. Für mich hat einfach dieser Baum-Effekt gefehlt. Yay. Yay. Okay, das könnte auch wieder lustig werden. So. Gut, dann holen wir mal wieder hier Pfeil und Bogen her. Und wechseln zur anderen Seite. So, mach mal Platz hier. Ja, dann hole ich mir die Truhe. Ein Herzteil. Jetzt habe ich fünf. Jetzt gibt es einen Herzcontainer. Wow. So geht die zweite Reihe schon. Finde ich echt nice. Habe ich jetzt elf Herzen. So, ähm. Nee, nee, nee. Das kann ich nicht machen. Obwohl, kann ich eigentlich schon machen. Ja. Das habe ich eigentlich auch damit gerechnet. Da wollen wir das hier drauflegen. Das passt dann schon. So, dann schießen wir das hier hoch. So, und wir gehen gemeinsam weiter. So, hier hoch. Oh, ich muss hier oben wieder abändern, damit es unten funktioniert. Oh, ich muss hier oben wieder abnehmen. Hm. Schauen wir mal. Ja. Musst man. Okay, weiter geht's. so machen wir das auf eine altmodische Art und Weise, ich lass den großen vor gut, es muss glaube ich jetzt auch dann langsam die letzte Tür mit sein so, gehen wir mal weiter, gehen wir rein naja, da kann ich dich wegschicken okay, der wird mich aufziehen, yay er hat mich gesehen, aber viel zu spät hm, da muss ich es ein bisschen nach oben verschieben so, das war jetzt nach oben jo so, das war's okay ah, passt schon, passt schon gut, dann kann ich jetzt hier nach unten so ich hoffe, die Viecher da unten sind tot, ja das erledigen wir mal schnell die Viecher sind ganz schön flug, wenn sie abhauen da das war, dann ja das war ich hoffe, dass ich rausgekommen t, dass ich mich nicht nie und bin Ey, das war noch nicht mal. Das war auch nicht richtig getroffen. So, komm. Ich will euch nur schnell tot sehen. Ist doch nicht so schlimm, oder? So, auf die Seite sind... ...eine getroht. Oh, wie nervig jetzt, aber... ...ist erledigt. So, große Statue mit... Komm, verdammt, ich hab da gerade noch einen aus dem Dicknüge gesehen. So, weg bist du jetzt. Okay. Dann legen wir mal los. Wir laufen oben her. Und tun, was wir so machen. Warte mal, da können wir doch jetzt auch... ...haha, war nur kleiner Geist. Ich kümmere mich dann um dich. Kommt ihr jetzt da rein? Wir verwandeln uns in den Wolf, kümmern uns um den Geist. Das ging jetzt gar nicht so schnell jetzt. Wuhu. So, dann werden wir jetzt auch schnell zu den Menschen. ...hät ja kloppen können. Oh, okay. Oh, okay. Hm. Okay. Jetzt vielleicht. Gut, danke. Ich will den großen Riesen-Moko heute. Der braucht... Der muss jetzt mit mir. Okay. Okay. So, dann können wir auch gleich weitergehen. So, einmal bitte... ...vollt eine Wende einreißen. Transportweg betreten. Für... ...steine in der Statuen, die vom Kopierstab beeinträchtigt wurden. Ja, die habe ich auch schon geplündert. So, dann gehen wir hier zurück und... Das sieht doch jetzt endlich gut aus. Yay. Yay. Ich meine nur, wurde ja langsam Zeit. So. Führen wir dich an den Platz zurück. Und wir kommen weiter. Yay. Okay. Yay. So, lassen wir mal kurz auf die Karte schauen. Ui. Das sind wir direkt vom Endboss. Ach Gott. Das klingt jetzt fast so, als hätte ich was vergessen. Nicht ganz. So. Noch korrekt platzieren. Ähm. Hm, 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 hm. Ach ja. Liebe Freunde, die ich sage, dass ich gerade streame, schenke mir keine Audionachrichten. So, du bist... Ups. Noch dran. Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich... Autsch. Ich war etwas zu knapp. Warum bin ich so dumm? Hm. Hätte ich jetzt lieber was oder was schicken sollen? Toll. Oh, toll. Wieso einfach nicht das Simpelste nehmen? Hm, hm, genau. Okay, ich hoffe mal, ähm, es gibt die alte Zelle der Regel. Bleibt da. Dass es hier nicht regiert. Okay, wir brauchen Pfeile. Ha! Meine Notfallvieh für alle, ähm, Lebenslagen. Okay. Wie gesagt, ich... Ich habe keine Ahnung. Da fällt mir ein... Fuck. Fuck! Wir haben die... Wir haben den Bosk hier nicht. Ich... Ich... Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Wie konnte ich das Wichtigste vergessen? Och. Drecksteil. Ja, tschüss. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich habe das Wichtigste vergessen. Ich bin jetzt auf das Wichtigste. Und den Bosk hier. Oh, das ist jetzt ultra peinlich.